Hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagen nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel und Battle Night, Cyberpunk. So, ich werde es mal starten, voll betreiben. Okay, und da bin ich. Ähm, zuerst... Ah ne, komm, wir fangen direkt mit den Dailies an. Dailies, tägliche... Ist das das? Nein, das ist das Amel. Wo war das gewesen? Ich muss Musik auch schon ausmachen. Musik aus. Oh, Gott sei Dank, sonst kriege ich wieder Ärger. Online, okay. Was ist das hier? Jetzt war ich doch erst die roten Punkte. Hau, 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 hau. Zehn. Ich kann nicht angreifen. Schweinerei. Okay. Dann halt nicht. Was ist hier gratis? Das ist gut. Bestätigen. Ähm, Events? Nein. Okay. Okay. Nein. Okay. Ach komm, machen wir einmal. Vier Leute online. Vier Leute online. Oh, Freundesstüste voll. Ach, seine Freundesstüste. Gut. Ne, da kommen wir nicht weiter. Hier ist ein Brief. Oh, vierte Briefe. Alles holen. Ist doch viel leicht da. Alles löschen. Was haben wir hier? Fragmente. Oh. Ach, da steht's doch. Tägliche Quest. Und jetzt geht's weiter mit dem täglichen Quest. Goldrausch. Das soll ich schon warten? Nein. Rekrutieren. Einmal. Komm, wir gehen auch gleich einmal mit. Spielhalle. Oh, 32x10. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Mit VRP2 könnte ich den 10er ziehen. Mal probieren. Ne, geht nicht. Mal probieren. Ne, geht nicht. Pass mal, geht das hier nicht. Ne. Okay. Jetzt hier nicht. Ach, den hab ich nicht. Ach, den hab ich nicht. Kommen kriege. Oder den. Oder den. Immer nur den hier. Cinema. Ach, 22x10. Schon wieder den. Wenn ich den noch einmal ziehe, dann hör ich auf. Tja. Verarsche. Komm ich an, nochmal wieder. Okay. Okay. Der erste Kampf für unsere Schläufe. Wir sind so auf 2. Okay, weiter. Nochmal. Weiter. Jetzt haben wir den fertig. Jetzt gehen wir es mir rechts daneben. Oh, der erste Dom. Der zweite Dom bei mir. Und alle Dom. Oh, oh. Dann gehen wir es zu denen. Das sind schon 3. Der erste Dom. Der zweite Dom. Der dritte Dom. Der dritte Dom. und alle daumen alle noch nicht jetzt ach, jedem nie mehr schütten abbau zwei drei muss ich gegen die kämpfen schön ich hab mal wieder gewonnen abbauen geht nicht aber gut nachdem hier seht auch gröss 1 1 1 1 1 ok kann ich jetzt wieder was abbauen erst bei 2 10 er ist da ich weiß nur ich muss fünfmal abbauen dreimal habe ich schon abgebaut also vielleicht zweimal aber komm ich glaube ich habe ihn nicht mehr weiter da Oh, das ist wirklich ein Schaf, das sieht gut aus. Das war's für heute. Jawohl, super. Kommt schon Leute, nur noch drei Kämpfe. Das war's für heute. Super, super. Weiter geht's Leute. Weiter geht's. Mit den drei Kämpfen. Was ist das hier unten? Der Gegner ist schon stärker als meine. Also höher in Läden. Also es wird jetzt alles knapp. Aber so knapp sah's gar nicht aus. Noch zwei. Oh, die sind jetzt so flüssig. Ach, der erste Dom bei mir. Nein. Ah, nicht geschafft. So, ein Mistwerte. Gut, weiter. Was hab ich noch hier? Fitness. Ach, das war das. Ne, ne, ne. Da kann man auch nicht weiter. Gilde. Das war mal gegen den Gildenboss kämpfen. Obwohl, jetzt ist ja nicht der Gildenboss. Das ist ja... Wie heißt der? Die Gildenraide. Nenn ich das jetzt mal so. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Nichts. Ich habe nichts gekriegt. Aber da ist es so schön schnell ging. Machen wir es gleich nochmal. Oh, fein. Jetzt noch schneller. Okay. Jetzt noch schneller. Okay. Boah, so viele Leute bei mir in der Gilde. Level 80er sogar. Nicht schlecht. Ah, abgeschlossen. Abgeschlossen. Und abgeschlossen. Und abgeschlossen. Schicken wir den mal los hier. Ich glaube, ich kann nur drei. Oh, ne. Alle vier. Gut. Für eine Studie gehe ich ja nicht rein. Ich bin fit genug. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh. Oh, wir sind fast fertig. Nice. Für nur noch Arena. Und. Was ist das andere? Keine Ahnung. Ich brauche nur drei Siege. Vielleicht Krüche auch. Fünf Siege hin. Spring. Victory gewann. Prongst du nur mit einem Stern. Prongst du nur mit einem Stern. Eieiei. Ah, das verliere ich. Wannen. Oh. Oh. Nice. Oh. Schon wieder gewonnen. Noch zwei Kämpfer. Ich sag mir, wir den hier sicher. Und noch ein Kampf. Den in der Mitte. Super. Events. Hm. Und jetzt müssen wir. Ausrüstung einmal zerlegen. Ja. Da. Bevor ich. Glaube ich das zerlege. Oh. Keine Ahnung. Oh. 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 Boah. Ich werde die mal alle zwei Level höher machen, aufsteigen lassen. Hier hat auch noch zwei Level. Oh komm, da gehen wir auf 30. Hm, da gehen wir auf 35. Dann gehen wir auf 37. Auf mein Levelbereich. Perfekt. Die grünen sind mir egal, die bleiben alle Level 1. Weil warum solch ein grün, ein leichten? Oder der ist ja nicht leicht, der ist ja, wie heißt der? Ich glaube grün ist selten, das ist rar, legendär, ach wieso? Und jetzt werden wir die letzte Daily machen und zwar eine Rüstung zerlegen. Und wir zerlegen einfach den Schuh. Das sieht doch schon mal gut aus. So Leute, das waren meine ganzen Dailies. Aber eins möchte ich... Oh, ich probiere jetzt auch einmal hier zu kämpfen. Bestätigen. Und weiter. Dann kann ich das Kapitel nicht noch abschließen. So. 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 Oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich glaube das saugt mir ein bisschen zu lange. Jetzt schau ich mir noch mal kurz den roten Punkt hier an. Ah, jetzt kann ich hier angreifen. Boah, Level 100? Was soll ich denn das schaffen? Okay. Jetzt habe ich wieder Punkte gekriegt. Ne. 30. Schauen wir schnell ich daumen bin. Was soll ich denn das machen? 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 74.000 Schaden habe ich gemacht. Der hat noch eine Milliarde? Boah. Ich glaube vorher nicht ganz. 400.000.000 hat er noch ungefähr. Also da komme ich schon mal nicht mit weiter. Aber ich meine nur 95.000 Schaden. Da war 74.000.000. Ich glaube 30.000 war das höchste. Ich könnte es vielleicht schaffen bis zu... Nein. Ich glaube nicht. Ich würde gerade sagen ich schaffte noch so 3 Milliarden hin. Aber das ist ja eine Million. Bei mir verhindern sich ja immer nur die Zahlen hier hinten. Ich habe 29.50. Und jetzt 29.50. Das habe ich bestimmt gleich 76.50. Ist da wieder mehr geworden? Ich stehe doch grad 75. Jetzt steht das 65. Da heilt er sich immer wieder hoch. Ah, er heilt sich hoch. Schauen wir mal. Oh. Also wenn ich weiter angreife. Dann wollen die anderen später wieder mehr zu kämpfen. Ach je. Naja. Egal. Ich glaube ich beende jetzt für heute das Spiel. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Aber einfach mal endet hier alles. Beenden geht nicht. Gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.